Die idyllisch gelegene Wohnstadt Karst liegt eingebettet im Umfeld des schönen Niederrheins nahe der niederländischen Grenze. Für die Menschen bietet Karst einen verkehrsgünstig bestens gelegenen Wohnplatz, der mit der gesunden heimischen Wirtschaft eine Fülle von Arbeitsplätzen bietet. Die neue Karster Stadtmitte mit Rat- und Bürgerhaus, Geschäftszentrum und Stadtgarten bildet ein lebendiges Herz. Familien erfreuen sich an dem breiten Erziehungsangebot. Umfangreiche kulturelle und künstlerische Angebote rahmen die hohe Lebensqualität ein. Die Karster sehen locken mit Wasserspaß, die Ortszentren mit attraktiven Produktsortimenten, auch sportlich Ambitionierte kommen in Karst voll auf ihre Kosten. Das Brauchtum ist in Karst nicht nur durch die Schützenfeste fest verwurzelt. Auch Aktivitäten wie Karst-Total und Veranstaltungen in den historischen Denkmälern Braunsmühle und dem Tuppenhof ziehen in den Bann. Auf den vielen Erzeugerhöfen im Stadtgebiet herrscht zur Erntezeit reges Treiben. Die Reiterhöfe laden zum Pferdesport ein. Viele Rad- und Wanderwege münden im schönen Forsterwald. Die bunten Bilder der schönen Stadt Karst machen es so lebenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017